Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Eine Truhe, da ist ein Schloss dran. Das Bett wirkt nicht gerade gemütlich. Eine Schrankwand, da ist bestimmt nur Müll drin. So, das Schloss wäre offen. Ein alter Schreibtisch. Wirkt ziemlich wackelig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein verschlossener Tresor. Ich wette, da drin ist was Wertvolles. So, das Schloss wäre offen. Dann haben wir auf den birthday Sweet可以, wenn die accordance mit einer vorskręken. So, bisТ dann sicher halt vor einemitaresatz. So, das schreibtisch. So, schreibtisch. So, das ist tre matched für fünf Minuten. Abonniert das Chaos mit Wochenstjuk. So, es ist einANDer Afitst fordi Aber das ist ein Problem, So, das ist ihn ja beschreibtisch. Sie üben marschieren. Besonders akkurat sieht es aber noch nicht aus. Du solltest mal etwas ruhiger werden. Siehst du denn nicht, wo uns die ganze Hektik hingebracht hat? Sie üben marschieren. Besonders akkurat sieht es aber noch nicht aus. Wie mag es hier nur vor 40 Jahren ausgesehen haben? Eine ziemlich vergammelte alte Couch. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Das ist ein Verkehrsschild. Wird wohl nicht mehr gebraucht. Wird wohl nicht mehr gebraucht. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Das ist ein Verkehrsschild. Wird wohl nicht mehr gebraucht. Jede Menge Holzbalken sind schon etwas verrottet. Das sieht mir nach einem großen Glastisch aus. Das sieht nach einer ziemlich unbequemen Holzbank aus. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Nettes Schießeisen, oder? 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 Ja. Oder? Auch. Silber Punkt. noride Ein alter Anhänger. Nichts besonderes. Nichts Besonderes. Ein einfacher Container. Ein leeres Fass. Ich mag es nicht, wenn man mich belästigt. Ich mag es nicht, wenn man mich belästigt. Ein Strahlregal. Sieht nicht sehr stabil aus. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Ein abgewetzter alter Stuhl. Ein ziemlich großer Tisch. Hast du den Ghetto Blaster repariert? Nein, noch nicht. Ein alter Camaro. Ich mag es nicht, wenn man mich belästigt. Das Fass ist leer. Ein Berg voll Schrott. Alles nicht mehr zu gebrauchen. Das ist ein Verkehrsschild. Wird wohl nicht mehr gebraucht. Ein ziemlich normales Zelt. Ein alter Anhänger. Nichts Besonderes. Jede Menge Holzbalken. Sind schon etwas verrottet. Ein alter Dodge Ram-Schrott. Nur ein paar Häuserruinen. Habe die Knarre zwar in all den Jahren noch nie gebraucht, aber das nächste Mal, wenn mir irgendein Typ von einer Gang dumm kommt, dann räume ich auf. Körperliche Fitness ist das Wichtigste, was es gibt. Das ist ein Windrad. Damit kann man ein bisschen Strom gewinnen. Ich denke, da vorne müsste eine Wasserquelle liegen. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Die Milizen bilden hier ihre technischen Fähigkeiten aus. Sowas ist ziemlich wichtig. Die Milizen bilden hier ihre technischen Fähigkeiten aus. Sowas ist ziemlich wichtig. Geh weg, ich habe zu tun! Ich kann nicht den Kerlen nur beibringen, im Haus ihre Schuhe auszuziehen. Lass mich! Wenn Umberto sieht, dass ich mit Fremden spreche, spät er mich wieder ins Haus ein. Ich bin ein boater. Ich bin einperrenter. Ich bin einperrenter.